Musik 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 Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie nr 1 laboratorium. Tutaj nagrywam dodatkowo i tym osobom wyślę. Oprócz tego będzie nagranie na YouTube. I 18 cywilizacji przybyło. Przyglądać się co czyni Rafael, ta najnowsza technologia w laboratorium. Także zapraszamy Teresa Wacława Hasło Kotek i następna osoba do laboratorium Renata Ewa Hasło WAGA I zapraszamy pierwszą T.E.R. T.I.R. E.S.A. W.A.C. W.A.C. L.A.V.A. Ukazała się i jest w laboratorium na marmorowym stole i skan już już jest nad ciałem i zbiera informacje i robi namiary. I ukazał się cały szkielet tej istoty. Cały układ kostny. i zbiera zbiera cztery rozbłyski na kręgosłupie. Te części zniknęły w świetle. I ukazał się cały kręgosłup. Z powrotem. na prawej ręce ta kość, która idzie od łokcia do dłoni rozbłysnęła. Zniknęła w świetle. Ukazała się w całości. cała muskulatura. Piszczele w obydwu nogach rozbłysnęły. Zniknęły w świetle. Zniknęły w świetle. Chyba tak się nazywają. Ukazały się z powrotem. Ukazała się cała muskulatura tej osoby. zniknęły w świetle. Na plecach muskulatura były rozbłyski. Po obu stronach kręgosłupa. I ta cała muskulatura zniknęła w świetle. Ukazała się w całości. Teraz tutaj na ramionach cała muskulatura też się rozbłysła. Zniknęła w świetle. Ukazała się z powrotem. Cała muskulatura obu rąk. Rozbłyski potężne. Zniknęły całe ręce. Od ramiona do dłoni. Ukazały się z powrotem. Muskuł pęcherza, który reguluje moczem. Rozbłysnął, zniknął w świetle. Ukazał się z powrotem. Uda w obydwu nóg. Rozbłysnęły się. Ukazały się z powrotem. Bibi. Ukazały się z powrotem. Ukazały się z powrotem. Ukazały się z powrotem. W tej chwili całego ciała. I wszystkie z powrotem na nogach. Rozbłysnęły się. Zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Ukazały się z powrotem. Ukazały się. W całej prawej ręce. Ścielna rozbłysnęły. Zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I teraz ukazały się wewnętrzne organy. Znaczyły się z powrotem. Znaczyły się z powrotem. Dwa rozbłyski na mózgu. Zniknęły te części mózgu w świetle. Ukazały się z powrotem. Cały mózg. Ukazały się z powrotem. Cały mózg. Znaczyły się. Na to są. Na czole. Zatoki. Rozbłysnęły. Zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Znaczyły się z powrotem. Znaczyły się z powrotem. Mniejsze rozbłyski na obydwu gałkach ocznych. Die Augen aufzunehmen wurden in der Schacht. Die Augen aufzunehmen wurden. Alle Lymphknoten wurden in der Schacht. Alle Lymphen, die Lymphknoten in der ganzen Körper wurden. Das war alles nur ein, der ganze Lymphknoten wurde. Das war die Lymphknoten. Jetzt, die sich wieder an. Jetzt sieht man den ganzen Herz-Kreislauf. Jetzt sieht man den ganzen Herz-Kreislauf. Das sind sechs Teilen. Die Schleislauf sind in der Schleislauf. Jetzt ist nur ein kleiner Teil vom Herz. Jetzt ist ein kleiner Teil des Herz. Das Herz ist in der Schleislauf. Das ist in der Schleislauf. Die Schleislauf ist in der Schleislauf. Das ist die Schleislauf. Das ist eine Technologie, die zu sehen. Und die Leber sind drei kleine Teilen? Die Leber sind in der Leber. Die Leber sind komplett aufgeblänt. Die Leber sind in der Leber. 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 und er schreit und er schreit und er schreit. Er ist bei uns, er spricht mit ihm, er entspricht er und er gibt auch noch Informationen. Er merkt man einfach, wie Frieden in der Seele ist. Er ist die Erste, die sich in sich und er schreit. Er ist auf der Staube. Er schreit und er schreit und er schreit. Er schreit und er schreit und er schreit. Er schreit und er mit dem Körper. Ich freue mich sehr, dass die nächste Person von Rafaela und ihre Team ausgesucht hat. Wir freuen uns, was sie mag. Okay, jetzt die nächste Person. Ich komme zur Kamera. Ich freue mich auf die nächste Person. Renata Ewa. REN ATA EBA. Sie ist auf dem Kniegarten. Jetzt ist der Kniegarten. Jetzt sieht man den Knopf. Und der Kniegarten ist der Kniegarten. Die Kniegarten ist der Kniegarten. Die Kniegarten sind auf der Kniegarten. Die Kniegarten sind wieder ein. Jetzt sieht man die komplett Muskelatur. Die ganze Muskelatur. Da sind noch zwei Musculaturen. Die Muskel sind auf der Flügel. Die Muskel sind auf der Flügel. Die Muskel sind auf der Flügel. Jetzt sind wir die beiden Muskeln. Die beiden lücken ausbüßten und verflüßen. Die sich wieder ein. Sie sehen die ganzen Szenen und Wände. Die ganzen Stengen, die beiden Räume, ausbüßten und verflüßen. Die Szenen und Wände ausbüßten. Die Stengen, die beiden Räume, verflüßen, verflüßen und verflüßen. Sie er RTT um요 praticiert. Die innere ist öffnungen. Ein Teil der Suche ausbüßten. Die Teil der мозソフie vom Trumpen-V leggen. Die Teil der Federal Hauptsbreakons Canyon drin ist. Das istシュert. Die deputy der Obst testen ausbüßten. Drei zwei Blüten auf den ozlösenen Lümpf. Die Lümpf auf den Schünen. Drei Blüten auf den Lümpf. Die Blüten auf den Lümpf. Das war schon immer��? Sind das fünf Pyhช数? Die Klinischen die Schlage fallen in der Blöden. Die Schlage fallen in der Blöden und die Schlage fallen. Die Schlage fallen und der Blöden von der Schlage fallen. Die Schlage fallen auf die Schlage fallen und die Schlage, Die pflüge auf dem Wissen Ein kleiner Busscher von der Püse Die Schmutz hat es in der Licht Die Püse auf dem Wissen Die Püse auf der Licht Die Schmutz hat auch in der Licht Das ist der Licht Die Schmutz hat auf dem Licht Das ist wieder ein. Das ist wieder ein. Das sind zwei Teil des Darmen. Die beiden Blutzen auf dem Jelit. Die Teilen sind in der Schleunsch. Das ist wieder ein. Das sind wieder ein. Das sind zwei Teil des Darmen. Das sind jeweils zwei Teil von mir, wo es aufgerichtet ist. Also eran zwei Spöne. Jedes auf die ARE und zwei Spöne mightier von mir. Die Spöne bittee, die Stöne war dagegen. Die Spöne verfallen sich während ich Ihnen einmal看's. Sie sind un ranner funktioniert. Die Einzige blutzen den ganzen Achaeter. Die Spöne zerpad 분28 wurde das. Da war mir total. Die Spöne weg ist nierum. Und jetzt ist der Nervische Kniepfer. Das sind zwei Teilen. Die Kniepfer sind in der Sonne. Jetzt ist der Nervische Kniepfer. Und jetzt ist die Kniepfer. Es war zwei Teile. Drei rückgängerzungen in anderen Bereichen auf der Haut. Die Bereichen verletten in der Hormung. Sie sahen in der ganzen Welt. Das war das der Kante. Jetzt hat der Kante nach oben. Der Kante war ein wenig. Die Kante war ein bisschen auf dem Wasser. Ja, die Kante da war ein bisschen... Der Kante war sie einfach auf dem Boden. Es zeigt eine große Glückwunsch. Sie kommen auf jeden Fall. Sie kommen auf jeden Fall. Sie kommen auf jeden Fall. Sie sind in der Abriere. Sie sind sehr schön. Sie sind in den Portal. Wir haben die schöne, wösenige Menschen. Ihr Lieben, Sie sind gesund. Wir freuen uns, dass die nächste Person erhaut. Bis zum nächsten Mal. Namaste